Servus, hier ist die Katharina vom Schliersee-Magazin. Momentan sollten wir alle nach Möglichkeit zu Hause bleiben und deshalb möchte ich euch heute einen Tipp geben, wie ihr euch den Schliersee und die Schlierseer Berge ganz bequem nach Hause ins eigene Wohnzimmer holen könnt. Die Autorin Susanne Rössner hat schon einige Bücher veröffentlicht und zwei davon spielen am Schliersee und am Spitzingsee. Es sind zwei Liebesromane, der eine heißt Nur einen Sommer lang und der andere, der Nachfolgeband, heißt Schlittenfahrt ins Glück. Im Mittelpunkt steht Laura, eine junge Frau, die eine Hütte am Spitzingsee erbt. Und was sie dort alles erlebt in den Schlierseeer Bergen und welche Menschen sie kennenlernt und welche Männer in ihrem Leben eine große Rolle spielen werden, das steht alles in diesen beiden Büchern. Susanne Rössner hat einen sehr leichten, angenehmen, humorigen Erzählstil und es wird nicht langweilig in diesen beiden Werken, das kann ich euch versprechen. Also, beide Bücher sind im PIPA-Verlag erschienen und ganz bequem von zu Hause aus online bespellbar. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre, passt auf euch auf und bleibt gesund. Musik 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 Musik